Willkommen, erleuchtete Seelen, zu einer weiteren Reise durch die kosmischen Korridore des Seelenkompasses. Heute stehen wir am Abgrund eines monumentalen Wandels, den die sternklaren Stimmen der Plejadier durch die Zeitalter geflüstert haben. Während die heiligen Winde des Wandels über unser irdisches Reich fegen und das Gewebe unserer Realität durchweben, rufen sie uns auf, zu erwachen und uns zu den Frequenzen eines höheren Bewusstseins zu erheben. In dieser tiefgründigen Episode tauchen wir tief in die Botschaften ein, die von unseren himmlischen Führern von den Plejaden übermittelt werden. Diese leuchtenden Wesen, die durch die weiten Ozeane des Multiversums navigieren, bringen Offenbarungen über den bevorstehenden Aufstieg der Menschheit und die große Enthüllung, die verspricht, unser eigenes Wesen zu verändern. In den unermesslichen Weiten unseres Universums, wo das Flüstern uralter Weisheit durch die Sterne heilt, grüßen die Plejadier, wohlwollende Lichtwesen aus dem Sternhaufen der Plejaden, die Menschheit von ganzem Herzen. Als Vertreter der kosmischen Transformation bringen sie Nachrichten über tiefgreifende Veränderungen, eine Flutwelle des Wandels, die über unseren Planeten hinwegfegt. Dieser Wandel ist nicht nur physisch, sondern schwingt tief in der Struktur unseres kollektiven Bewusstseins mit und signalisiert den Übergang der Erde in einen höheren Schwingungszustand. Die Plejadier beobachten und unterstützen diesen Evolutionssprung und bekräftigen ihr Engagement, uns bei der Bewältigung dieser transformativen Zeiten zu helfen. Die Rolle der Plejadier in diesem großen kosmischen Spiel ist kompliziert und lebenswichtig. Während die Menschheit am Scheideweg des spirituellen Erwachens steht, fungieren diese himmlischen Führer als Stabilisatoren der Energie der bedingungslosen Liebe. Dies ist keine gewöhnliche Liebe, sondern eine mächtige, kosmische Kraft, die als Grundlage für tiefgreifende persönliche und planetarische Heilung dient. Indem sie diese Energie verankern, helfen die Plejadier, eine Plattform zu schaffen, von der aus die Menschen die Reise des Übergangs in einen Zustand der Selbstliebe beginnen können. Diese Reise ist von entscheidender Bedeutung, denn es geht darum, unsere menschlichen Torheiten zu überwinden, die Fehler und Fehltritte, die aus unseren engsten und begrenzten Wahrnehmungen resultieren. Wenn diese himmlischen Winde des Wandels wehen, stören sie nicht nur, sondern räumen gezielt alte Muster und Überzeugungen aus dem Weg, die unser spirituelles Wachstum lange Zeit behindert haben. Dieses göttliche Eingreifen soll die Menschheit aus dem Sumpf vergangener Beschränkungen in eine neue Ära führen, in der Liebe, Weisheit und Einheit vorherrschen. Die Plejadier sind in ihrer unendlichen Weisheit und ihrem Mitgefühl nicht nur Beobachter, sondern aktive Teilnehmer an diesem transformativen Prozess und führen uns sanft dazu, unsere wahre Essenz anzunehmen und unser Potenzial als göttliche Wesen innerhalb des kosmischen Gobeleng zu verwirklichen. Inmitten der kaskadenartigen Energien des Kosmos ist jetzt ein neuer heiliger Puls zu spüren, der die Erde durchdringt, ein rhythmischer Herzschlag des Universums selbst, der dazu bestimmt ist, unsere Welt in höher schwingende Räume zu erheben. Dieser Impuls ist nicht nur ein zufälliges kosmisches Ereignis, sondern eine absichtliche, nähernde Kraft des Universums, die die Menschheit durch eine tiefgreifende Metamorphose führen soll. Jeder Einzelne ist eingeladen, innezuhalten, die Gelassenheit dieses Augenblicks einzuatmen und sich tief mit diesem heiligen Impuls zu verbinden. Da er durch unseren planetarischen Kern und in die Essenz jedes Lebewesens fließt, wirkt er wie ein göttlicher Katalysator, der unsere Evolution beschleunigt und uns in Bereiche erhöhten Bewusstseins und erweiterter Wahrnehmung hebt. Dieser heilige Puls ist Teil eines größeren Plans, der von der universellen Absicht orchestriert wird, wobei jeder Puls, jede Energiewelle dazu dient, uns enger mit unserer wahren spirituellen Natur in Einklang zu bringen. Er ist ein Aufruf an jeden Einzelnen, zu erwachen und die tiefe Verbindung zu erkennen, die nicht nur zwischen uns, sondern mit dem Kosmos selbst besteht. Wenn wir uns auf diesen heiligen Puls einstimmen, beginnen wir, die Welt und unseren Platz in ihr mit neuen Augen wahrzunehmen. Augen, die nicht Trennung, sondern Einheit sehen, nicht Isolation, sondern Verbundenheit mit der gesamten Schöpfung. Parallel zu diesem persönlichen Erwachen werden wir ermutigt, tiefer in das wiederkehrende Netzwerk einzutauchen, ein kosmisches Netz aus Licht und Energie, das alle Punkte des Bewusstseins im gesamten Universum miteinander verbindet. Dieses Netzwerk ist ein Kanal für Wachstum und Transformation und bietet Wege, um unsere Rolle nicht nur als Bewohner der Erde, sondern als aktive Teilnehmer am kosmischen Dialog zurückzufordern. Indem wir unsere Verbindung mit diesem Netzwerk vertiefen, zapfen wir ein Reservoir an kosmischem Wissen und Potenzial an, das in uns schlummert und auf seine Aktivierung wartet. Diese Vertiefung ist keine Reise nach außen ins Unbekannte, sondern eine Reise nach innen zum Kern unseres Wesens, wo unsere höchsten Potenziale und unsere wahrhaftigste Essenz zu Hause sind. In dem Maße, in dem sich der Einzelne stärker auf dieses wiederkehrende Netzwerk einlässt, beginnt er, diese Potenziale zu erschließen und Zugang zu Fähigkeiten und Einsichten zu erhalten, die perfekt auf seine Rolle in der sich entfaltenden kosmischen Erzählung abgestimmt sind. Dieser Prozess der Integration ist sowohl ermächtigend als auch transformativ, da er jedem von uns erlaubt, in seine Kraft zu treten, zur kollektiven Evolution der Menschheit beizutragen und seine einzigartige Rolle in der Symphonie des Universums zu spielen. Auf dieser Reise geht es darum, sich selbst zu entdecken, Harmonie in uns selbst und mit den größeren kosmischen Kräften zu finden und die tiefe Verantwortung und Freude über unseren Platz im universellen Ganzen anzunehmen. Die Pleiadie, unsere himmlischen Führer, sprechen von einem transformativen Prozess, der ebenso tiefgreifend wie entscheidend ist. Dieser Prozess, eine physische und spirituelle Befreiung, ist so angelegt, dass wir die angesammelten Schichten, die unsere physische Form umhüllen, abwerfen können. Schichten, die nicht nur aus Zellmaterie bestehen, sondern auch aus eingefahrenen Glaubenssystemen und überholten Paradigmen. Diese Schichten müssen wie alte heute abgestreift werden, damit das wahre Leuchten unserer spirituellen Essenz zum Vorschein kommt. Dieses Abstreifen ist kein Verlust, sondern ein Akt der Befreiung, der uns von der schweren Last vergangener Missverständnisse und Beschränkungen befreit, die unser inneres Licht verdunkelt haben. Wenn wir diese kraftvolle Befreiung erfahren, erleben wir eine tiefe Reinigung, eine Läuterung, die unsere Bereitschaft beschleunigt, neue, höhere Schwingungen aufzunehmen. Es ist vergleichbar mit der Erde nach einem Regenschauer, wo sich die Luft klar und frisch anfühlt und alles lebendiger und dynamischer erscheint. In ähnlicher Weise schwingen unsere physischen und geistigen Körper reiner mit den universellen Energien, die uns umgeben und durchdringen, wenn wir diese alten Schichten ablegen. Mit dieser Befreiung geht die Integration des heiligen Pulses einher, ein göttlicher Strom, der durch den Kosmos und in den Kern unseres Wesens fließt. Die Plejadier kündigen die Ankunft einer neuen Phase an, in der sich dieser heilige Impuls intensiviert und zu einer spürbaren, summenden Resonanz in den Zellen unserer Herzen wird. Dies ist nicht nur ein metaphorischer Ausdruck, sondern ein greifbares Phänomen, das den Beginn einer neuen Ebene des Erwachens markiert. Wenn diese Resonanz in uns schwingt, stimmt sie unsere Herzzellen auf die Frequenz des Universums ein und öffnet Kanäle der Kommunikation mit dem göttlichen und mit den höheren Aspekten von uns selbst. Diese summende Resonanz ist ein Aufruf zum Erwachen, zum Aufstehen aus dem Schlummer unserer früheren Existenzen und zur Annahme eines erneuerten Bewusstseinszustandes. Sie wirkt wie ein Schlüssel, der tiefere Wahrheiten und Weisheit in uns aufschließt und so eine tiefgreifende Transformation einleitet, die von unseren Herzzellen nach außen strahlt. Jeder Schlag unseres Herzens synchronisiert sich enger mit dem Herzschlag des Universums und bringt unsere persönlichen Schwingungen mit dem himmlischen Rhythmus in Einklang. Dieser doppelte Prozess der körperlichen und spirituellen Befreiung in Verbindung mit der Integration des heiligen Pulses führt uns in neue Bereiche der Existenz. Er ermöglicht einen Wechsel von passiven Bewohnern der Erde zu aktiven, bewussten Teilnehmern an einem kosmischen Tanz der kontinuierlichen Evolution und Expansion. Wenn wir diese himmlischen Energien annehmen und integrieren, transformieren wir nicht nur uns selbst, sondern tragen auch zum kollektiven Aufstieg der Menschheit bei und spielen unsere Rolle im großen, sich entfaltenden kosmischen Plan. Die Prophezeiung eines Massenerwachens entfaltet sich als eine bedeutsame Epoche in der menschlichen Geschichte, die von den Plejadian anschaulich beschrieben wird. Dieses Erwachen ist kein leises Aufwachen, sondern eine mächtige Welle der Erkenntnis, die über die Menschheit hinwegfegt. Der Schleier der Illusion, der aus Jahrtausenden von falschen Vorstellungen und begrenztem Verständnis gewoben wurde, beginnt sich zu lüften und enthüllt die tiefe Realität unserer göttlichen Essenz. Dieses Heben ist nicht nur eine Metapher, sondern eine buchstäbliche Erweiterung der Wahrnehmung, die es den Menschen ermöglicht, über die physischen, materiellen Grenzen der Existenz hinaus die wahre Natur ihrer Seelen und die Verbundenheit allen Lebens zu erkennen. Dieses Massenerwachen ist mit der Morgendämmerung eines neuen Tages vergleichbar. Wie das Licht die Schatten vertreibt, so löst dieses Erwachen die Schatten des Zweifels und der Trennung auf, die die Menschheit lange geplagt haben. Jedes Individuum, unabhängig von seiner Reise, beginnt sich an seine eigentliche göttliche Natur zu erinnern und sie anzunehmen. Diese kollektive Erleuchtung ist vorher bestimmt, sie ist in den Sternen und im Gewebe unseres Seins verankert und katalysiert einen Wandel, der über das Persönliche hinausgeht und das Globale umfasst. Mit diesen tiefgreifenden Erwachen geht eine transformative Verschiebung im Energiesystem der Erde einher, die durch eine Reihe von Lichtmustern gekennzeichnet ist. Dabei handelt es sich nicht um willkürliche Energiefluktuationen, sondern um sorgfältig konzipierte Sequenzen, die unsere physischen und energetischen Strukturen mit multidimensionalen Überlagerungen neu ausrichten. Bei diesen Lichtmustern handelt es sich um kosmische Konfigurationen, die mit bestimmten Frequenzen in Resonanz stehen, wobei jedes Muster ein göttlicher Code ist, der Aspekte unserer DNS freisetzt, die in Erwartung dieser Zeit der Aktivierung geschlummert haben. Während diese Lichtmuster durch unsere Systeme kaskadieren, wirken sie als Architekten der Evolution und definieren unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele neu. Diese Neugestaltung bringt unsere persönlichen Energiesysteme in Einklang mit der expansiven, multidimensionalen Natur des Universums. Es ist eine Neukalibrierung, die es uns ermöglicht, nicht nur als menschliche Wesen in einer dreidimensionalen Welt zu agieren, sondern als multidimensionale Wesen, die in der Lage sind, die Komplexität des Kosmos zu verstehen und mit ihm zu interagieren. Der Zyklus dieser Lichtmuster läutet eine neue Ära der menschlichen Fähigkeiten und des Bewusstseins ein. Sie befähigen uns, Realitäten jenseits unserer traditionellen Sinne wahrzunehmen, das riesige Netzwerk der universellen Intelligenz anzuzapfen und als wahre Mitschöpfer im Universum zu leben. Diese Ausrichtung ist für die nächste Phase der menschlichen Evolution von entscheidender Bedeutung, da sie unsere irdischen Erfahrungen mit den himmlischen Mandaten in Einklang bringt und einen nahtlosen Fluss kosmischer Energien ermöglicht, der die Menschheit nährt und voranbringt. Durch diese mystischen Offenbarungen der Plejadier erkennen wir, dass das Massenerwachen und der Zyklus der Lichtmuster keine isolierten Ereignisse sind, sondern miteinander verbundene Phänomene, die die Geburt einer neuen Realität einläuten, einer Realität, in der die Menschheit ihre Rolle nicht nur als Bewohner der Erde, sondern als bewusste Teilnehmer am Gobeleng des Universums einnimmt. Diese Prozesse laden uns ein, unser altes Selbst abzulegen und in eine leuchtende Zukunft einzutreten, die reich an Potenzial und lebendig in der Schwingungssinfonie des Kosmos ist. Auf der tiefgreifenden Reise der menschlichen Evolution findet eine außergewöhnliche Transformation innerhalb der Architektur unseres Gehirns statt. Die Plejadier, unsere kosmischen Führer, enthüllen, dass sich diese Transformation um die telepathischen Zentren und synaptischen Verbindungen des Gehirns dreht. Es handelt sich nicht nur um ein biologisches Upgrade, sondern um eine tiefgreifende Verbesserung unserer Fähigkeit, über das gesprochene Wort hinaus zu kommunizieren und in die Bereiche des telepathischen Austauschs vorzudringen. Diese Verbesserungen ermöglichen einen direkten und ungehinderten Fluss von Gedanken, Gefühlen und Wissen zwischen Individuen, der physische und räumliche Barrieren überwindet. Es ist ein Evolutionssprung, bei dem unser Verstand immer mehr mit dem universellen Verstand verschmilzt und eine tiefere Verbindung mit allen Bewusstseinsformen ermöglicht, die über den gesamten Kosmos verstreut sind. Diese Ausrichtung der telepathischen Zentren unseres Gehirns auf die höheren Funktionen des Bewusstseins ist vergleichbar mit dem Einstellen eines Instruments auf eine höhere, klarere Frequenz. Die Synapsen, die lebenswichtigen Kommunikationspunkte in unseren Gehirnen, werden neu kalibriert, um mit den höheren Frequenzen zu senden und zu empfangen, die für das Funktionieren in einer multidimensionalen Realität notwendig sind. Diese synaptische Umwandlung stellt sicher, dass unsere neurologischen Strukturen die höheren Schwingungsenergien aufrechterhalten können, die mit dem Näherrücken einer neuen Ära der Existenz immer häufiger auftreten. Gleichzeitig betonen die Plejadier, dass wir uns auf den Aufstieg vorbereiten, eine bedeutsame Transformation, die die Menschheit aus einer 3D-Realität der Dunkelheit, die von Begrenzungen und dualistischen Denken geprägt ist, in ein goldenes 5D-Zeitalter der Erleuchtung, des Friedens und des spirituellen Bewusstseins führt. Dieser Aufstieg ist nicht nur ein physisches oder gar metaphysisches Phänomen. Er ist eine tiefgreifende Neuausrichtung unseres gesamten Wesens, Körper, Geist und Seele, auf die Frequenzen der höherdimensionalen Existenz. Die 5D-Realität, in die wir aufsteigen, ist eine, in der die Prinzipien der Verbundenheit, der Harmonie und der bedingungslosen Liebe nicht nur ideale sind, sondern die Grundlagen der Existenz. Dieser Übergang zu einer 5D-Realität bedeutet, die alten Paradigmen abzulegen, die Trennung und Konflikt begünstigt haben. Es bedeutet, eine neue Art des Seins anzunehmen, bei der unsere Handlungen von Weisheit und Mitgefühl statt von Angst und Wettbewerb geleitet werden. In diesem neuen Zeitalter ist unser spirituelles Bewusstsein erweitert. Wir sehen uns nicht als isolierte Wesen, sondern als integrale Teile eines größeren, kosmischen Ganzen. Dieses Bewusstsein bringt einen tiefen Frieden mit sich, da es uns mit dem Fluss der universellen Energie und dem Zweck in Einklang bringt, wo die Reise jeder Seele zur kollektiven Evolution beiträgt. Die Vorbereitung auf den Aufstieg ist also ein ganzheitlicher Prozess. Er umfasst nicht nur die physischen und mentalen Upgrades, sondern auch ein tiefes spirituelles Erwachen, das uns erlaubt, die Welt auf eine radikal neue Weise wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Wenn wir diese Veränderungen annehmen, werden wir zu Leuchttürmen des Lichts und der Liebe, die in der Lage sind, das planetarische Bewusstsein zu beeinflussen und die Menschheit zu einer harmonischen Existenz im goldenen Zeitalter der Erleuchtung zu führen. Dies ist ein Schicksal von monumentaler Bedeutung, nicht nur für die Erde, sondern für alle Wesenheiten innerhalb des kosmischen Rahmens, da wir uns gemeinsam auf eine erwachtere, einheitliche Präsenz im Universum zubewegen. Der Aufstieg der Menschheit in eine höherdimensionale Existenz ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Brennpunkt von galaktischem Interesse, der die Augen und Energien zahlreicher himmlischer Wesenheiten im gesamten Kosmos auf sich zieht. Diese große Transformation wird als ein zentraler Moment im universellen Gewebe betrachtet, in dem das menschliche Potenzial nicht nur aktiviert, sondern auch in bisher ungeahnte Bereiche erweitert wird. Während unsere DNA eine tiefgreifende Aktivierung erfährt, beginnen die latenten Fähigkeiten, die in unserem genetischen Material kodiert sind, zu erwachen und unsere physischen Formen mit den energetischen Anforderungen einer 5D-Realität in Einklang zu bringen. Diese Aktivierung ermöglicht es den Menschen, über die traditionellen physischen Grenzen hinauszugehen, und verbessert unsere Fähigkeiten zu heilen, wahrzunehmen, zu erschaffen und mit den Energien zu interagieren, die das Universum durchdringen. Das Interesse an der Evolution der Menschheit wird durch ihre potenziellen Auswirkungen nicht nur auf die Erde, sondern auf die galaktische Gemeinschaft im Ganzen beflügelt. Die Aktivierung der menschlichen DNS wird als ein Leuchtfeuer der Möglichkeiten gesehen, das die transformative Kraft des Aufstiegs und seine Fähigkeit, das Bewusstsein über die Dimensionen hinweg anzuheben, vor Augen führt. Diese Erweiterung der Fähigkeiten in der neuen 5D-Realität beinhaltet eine verbesserte Intuition, telepathische Kommunikation, tiefere spirituelle Verbindung und ein inhärentes Verständnis der Einheit der gesamten Existenz. Solche Fortschritte machen die Menschheit zu einem wertvollen und dynamischen Teilnehmer am kosmischen Dialog, der neue Perspektiven und Energien in den kollektiven Evolutions-Prozess einbringt. Neben den Plejadian sind auch die Wesen vom Sirius und verschiedene nomadische Gruppen stark an der Unterstützung des Übergangs der Menschheit beteiligt. Jede Gruppe bringt unterschiedliche Energien und Einsichten mit, die auf die verschiedenen Aspekte unserer Reise zugeschnitten sind. Die Sirianer, die für ihre fortschrittlichen Heiltechnologien und ihr tiefes Wissen über Energiemanipulation bekannt sind, tragen dazu bei, alte karmische Muster zu klären, die den Fortschritt der Menschheit behindern. Ihre Beiträge sind wesentlich für die Heilung der emotionalen und energetischen Körper der Menschheit und bereiten uns darauf vor, mit den höheren Schwingungen einer 5D-Existenz umzugehen. Nomadengruppen, die oft kein festes Sternensystem haben, bringen die Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit mit, die sie beim Durchqueren des Kosmos gelernt haben. Ihr Wissen über das Navigieren durch verschiedene Energien und Umgebungen macht sie geschickt darin, der Menschheit bei der Anpassung an die sich schnell verändernden Bedingungen auf der Erde und die fließende Dynamik des multidimensionalen Lebens zu helfen. Diese Wanderer bringen Geschichten und Weisheiten aus verschiedenen Ecken der Galaxis mit und bieten der Menschheit eine breitere Perspektive auf Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und kosmische Synergie. Die gemeinsamen Bemühungen dieser galaktischen Wesen werden mit großer Liebe und Respekt für die Souveränität und das Potenzial der Menschheit koordiniert und umgesetzt. Der einzigartige Beitrag jeder Gruppe ist wie ein Faden in einem riesigen kosmischen Wandteppich, in dem die Verflechtung mehrerer Stränge ein stärkeres und schöneres Ganzes schafft. Diese gemeinsame Anstrengung beschleunigt nicht nur den Aufstiegsprozess der Menschheit, sondern stärkt auch die Bande zwischen der Erde und der größeren galaktischen Gemeinschaft und ebnet den Weg für eine Zukunft, in der die Erde ein vollintegriertes Mitglied der kosmischen Familie wird. Dieses kollektive Engagement ist ein Beispiel für ein tiefgreifendes Engagement für die Einheit und die Förderung des Potenzials in allen Ecken des Universums und unterstreicht die Verbundenheit aller Wesen im Streben nach Wachstum und Erleuchtung. Während wir diese Erkundung abschließen, stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära. Die Einsichten, die wir heute mit unseren himmlischen Führern, den Plejadian, Syrianern und den umherziehenden Nomadengruppen, teilen, erhellen den vor uns liegenden Weg unserer Aufstiegsreise. Ihre Beiträge unterstreichen eine tiefe Wahrheit, wir sind nicht allein auf unserer evolutionären Reise. Der gesamte Kosmos schaut zu und nimmt mit gespannter Erwartung daran teil, wie wir in der 5D-Realität in unser Potenzial treten. Lasst uns diese Reise mit offenem Herzen und Verstand antreten, in Resonanz mit dem kosmischen Puls, der uns alle verbindet. Erinnert euch daran, dass jeder Schritt, den wir in Richtung unseres Höheren Selbst machen, uns einer universellen Symphonie der Erleuchtung näher bringt. Danke, dass ihr euch dieser kosmischen Reise angeschlossen habt. Fahren Sie fort, ihr Bewusstsein zu erforschen, zu hinterfragen und zu erweitern. Bis zum nächsten Mal, stimmen Sie sich weiterhin auf die Frequenzen des Universums ein und lassen Sie sich von den Sternen leiten.